Es macht schon ein bisschen Stolz. Hallo und herzlich willkommen World der Bonsai, Welt der Bonsai, Welt der kleinen Bäume, Welt der Miniaturbäume in Schalen, in Töpfen oder anderen Behältnissen. Ja, das ist so wunderschön anzusehen hier, die Potentilla, wie sie blüht. Und ich habe damals, als ich das Projekt begonnen habe, habe ich mich immer gefragt, wie kann man denn solch eine Potentilla zum Blühen bringen? Wie ist das überhaupt möglich? Sie wächst doch sehr stark und blüht dann erst später, wenn sie lange ausgetrieben ist. Ja, man braucht einfach nur Zeit und Geduld und irgendwann zeigt einem dieser Bonsai selber, wann es soweit ist, dass er tatsächlich auch im Bonsai-Stadium in dem Sinne dann auch tatsächlich blühwillig ist und uns mit solch einer schönen Pracht. Ja, beglückt in dem Sinne. Das ist so wunderschön anzusehen. Wie gesagt, es ist einfach so, dass der Baum das Ganze von alleine macht. Irgendwann ist es soweit und dann blüht er dementsprechend in kurztriebigen Trieben. Nicht wahr? Kurztriebig Triebe. So, ja, es ist einfach nur genial. Das macht so viel Freude und so viel Spaß. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwann bei Gelegenheit nochmal eine alte Hecke finde, die ich rausreißen kann, um mir noch ein oder zwei oder drei Potentilla dann heranzuziehen. Also Bonsai, sorry, auch in anderen Farben natürlich. Die gibt es auch in Orange, in Weiß, leicht rötlich, in Dunkelgelb, in Hellgelb, so wie hier. Es gibt viele, viele verschiedene Sorten von der Potentilla und von daher ist es eine richtig geniale Sache, sich ein Bonsai heranzuziehen. Und wie man sieht, tatsächlich, ich habe dieses Jahr nichts dran gemacht. Wir haben ihn im Frühjahr etwas zurückgeschnitten, getrimmt ein bisschen, damit er in Form kommt und dann ist er ausgetrieben und die Neuaustriebe haben. Wir sind jetzt tatsächlich wunderschön am Blühen. Ja, die Potentilla macht so viel Freude. Okay, by the way, wir kommen dann jetzt zum Immergrün. Immergrün, Bonsai, Boxwood, Buchsbaum, Buxus. Ja, dieser Kandidat hier, den kennen wir ja, die meisten kennen ihn schon einige Jahre. Ich wollte dieses Jahr nichts machen dran, außer halt den Kronenbereich schneiden. Das müssen wir natürlich, sonst lichtet die Krone total aus und innen wird es kahl und von daher ist es dann von der Gestaltung ja nicht mehr so toll, wenn man die wieder zurückbringt. Von daher müsst ihr hier auf jeden Fall heute was machen. Und im unteren Bereich sollte das Moos eigentlich draufbleiben. Ich wollte ihn das nächstes Jahr in eine neue Schale bringen. Aus gewissen Gründen weiß Bescheid. So, ja, jetzt hat sich aber gezeigt, dass die Vögel hier mächtig am Zuppen waren. Also hier ist fast gar kein Moos mehr drauf. Ist aber auch nicht tragisch. Von da habe ich jetzt einen Einblick in die ganze Sphäre hier, wie das aussieht unter dem Moos. Und vor allen Dingen können wir uns gemeinsam mal das Nebari angucken, wie das sich entwickelt hat bei diesem Buchsbaum. Buchsbaum ist ja so, entwickelt sich alles sehr langsam, weil er, ja, er hat zwar ein sehr hartes Holz, eigentlich eines der härtesten Hölzer überhaupt, die es gibt, aber er wächst halt sehr langsam. Hier ist ja immer nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Aber er ist dann dementsprechend sehr hart in dem Sinne. Also das Holz und, ja, ist aber nicht so tragisch. Das ist halt bei Bonsai so, man braucht halt Zeit und viele Jahre, um etwas zu entwickeln oder sich auch entwickeln zu lassen. Und von daher schauen wir uns das gleich mal etwas näher an. Ich will das dann komplett einmal sauber machen. Aber umtopfen, wie gesagt, dieses Jahr noch nicht. Allerdings muss natürlich sehr viel gegossen werden. Das ist ein ganz klarer Fall, nicht wahr? Denn er hat ja nur eine mächtige Krone und eine ganz kleine Schale. Also da muss man gerade, wenn es warm ist, jetzt natürlich richtig aufpassen, dass er uns nicht austrocknet. Von daher, nicht wahr? Immer schön die Augen offen halten. Wobei wir ja dabei sind, jetzt ein kleines System nicht zu entwickeln, sondern eigentlich ist das ganz logisch, wie es funktioniert. Aber dass man die Bonsai halt auch gießen kann oder bewässern kann, ohne dass man sie unbedingt jeden Tag zwei, dreimal gießen muss. Allerdings bin ich da ein bisschen am experimentieren, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Aber ich denke mal, da werden wir im Laufe der Zeit auch einiges von mitnehmen. So, ich ziehe mal eben das Moos hier oben schon mal ab. Also die Moosbildung am Stamm hat ihm nicht geschadet. Wie bei anderen Pflanzen das meister Fall ist, dass dann im Navari-Bereich oder halt im Stammbereich Rinde kaputt geht und verfault. Das ist jetzt hier beim Buchsbaum nicht passiert. Aber es sieht so genial aus. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das mal etwas näher an, bevor ich mich hier festlabere. Ach, das ist so schön anzusehen. Was willst du denn hier? Ach, guck mal hier, die Erdbeeren. Jo, setzen sogar Früchte dieses Jahr an. Letztes Jahr, vorletztes Jahr und davor das Jahr war es nicht so gewesen, da sind die immer kaputt gegangen. Aber dieses Jahr klappt das mal. Auch nicht schlecht. So, okay, komm, jetzt kommst du dran. Er hat ein wunderschön kräftiges Grün, weil er halt regelmäßig gedüngt wird. Man sieht, hier herrscht ein Heiland durcheinander. Hier ist eine Weide, die ich immer wieder zurückschneide. Auch das ist eine Weide hier. Hier können wir jetzt den Navari-Bereich zum Teil schon beobachten sehen in dem Sinne. Hier ist eine Erle. Auch die bleibt hier drin, wird immer wieder mal zurückgeschnitten. Dann haben wir hier die Erdbeere und hier kann man etwas ganz deutlich erkennen, was sehr interessant ist. Hier sehen wir das Moos, nicht wahr? Und hier sehen wir eine Humusschicht. Das heißt im Klartext, das Moos hier, wenn das ewig drin bleibt, also sich etabliert hat, dann entwickelt das unter dem Moos, also das lebende Moos, entwickelt sich Humus. Das heißt also, es stirbt ab im unteren Bereich und obendrauf wächst es einfach immer weiter und dementsprechend entwickelt sich Humus. Auch das schön zu beobachten. Ich denke mal, wer sich von Naturuntergleich interessiert, für den wird das mit Sicherheit sehr interessant sein, wie Humus sich entwickeln kann durch Moose. Also hier sieht man sehr schön, so sollte es eigentlich aussehen, das Substrat. Also hier sieht man das Fibotherm und hier sieht man also diese Humusschicht, die sich hier dementsprechend darauf entwickelt hat. Das ist also total genial. Richtig nass, saugt viel Wasser auf. Auch das, denke ich mal, sehr wichtig mal mitzunehmen. Also man sieht, man kann dann die Bonsai in diesem Zustand auch tatsächlich über mehrere Jahre dann dementsprechend halten. Man muss natürlich aufpassen, dass die Humusschicht sich nicht zu doll aufbaut, nicht wahr? Denn ansonsten hast du sie irgendwann hier oben, ist natürlich nicht der Burner. Aber ich denke mal, schön zu sehen, wie die Natur Humus aufbaut. Und jetzt haben wir auch hier eine Nacktschnecke. Also Schnecken fühlen sich dann da drunter, dementsprechend natürlich auch wohl, ganz klarer Fall. Sollte aber nicht so sein, weiß Bescheid. So, ich ziehe das mal vorsichtig ab hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist also total genial. Ja, eigentlich schade, dass die Mooschicht jetzt verschwindet. Aber, ähm, nun ja, die Vögel haben mir gesagt, jetzt komm, mach das mal. Nicht wahr? It is halt so. Okay. Ja, also ich denke mal, das ist mal ganz interessant mitzunehmen, dass man das mal so beobachten kann. Aber den Nebari-Bereich, denke ich mal, der hat sich auch sehr schön entwickelt im Laufe der Jahre jetzt natürlich. Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Es dauert sehr lange. Und doch hier sieht man auch diese alte Borke. Obwohl hier Moos drauf war, ist die also nicht kaputt gegangen. Sorry, dass ich den Finger die Hand aufzwischen hatte. Also ich denke mal, auch das ist sehr interessant mitzunehmen. Joa, ich würde sagen, hier machen wir dann nichts weiter. Das lassen wir einfach so und werden dann jetzt mal den Baum etwas zurechtschneiden. Auch das ist sehr interessant zu beobachten, was man nicht alles so entdeckt, wenn man einfach so Sachen macht, nicht wahr? Hier die Erdbeere nochmal, die hier in dem kleinen Stein hier drin ist. Man sieht, sie baut sich auf. Also sie wird jedes Jahr höher und höher und höher entwickelt, tatsächlich fast einen kleinen Stamm, könnte man schon sagen. Kann man jetzt vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber ich denke mal, ein bisschen schon. Ja, wie gesagt, das ist ein Stein, dort ist ein Loch drin und dort habe ich sie hineingepflanzt damals. Und nun ja, man sieht, sie wächst tatsächlich fast schon so wie ein kleiner Bonsai. Also auch das ist interessant zu beobachten. Ja, hier nochmal kurz den Nebari-Bereich. Bevor ich jetzt anfange zu arbeiten hier, werde ich erstmal die Weiden und anderen Bäumchen, die sich hier entwickeln, wieder zurückschneiden. Damit, wie gesagt, sie sich nicht etablieren. Die sollen ja einfach nur drin sein. Einfach nur so, nicht wahr? Just for fun. Ja, zum Teil auch, um zu zeigen, wie die Pflanze, beziehungsweise der Baum, ja, Wasser braucht. So hatte ich das bisher mal gehandhabt. Hat ganz gut geklappt unter dem Moos, weil unter dem Moos kann man natürlich die Feuchtigkeit nicht sehen. Jetzt ist das nicht mehr gegeben. Jetzt können wir sehen, wann wir gießen müssen, weil wir sehen ja, was hier Sache ist. Allerdings, wie gesagt, werde ich sie dann doch zurückschneiden, damit sie sich hier nicht zu sehr etablieren, nicht zu groß werden. Irgendwann müssen wir sie natürlich auch mal ganz rausnehmen. Aber ich finde das eigentlich ganz schick. Im Moment, den müssen wir ein bisschen kräftiger zurückschneiden hier. So. Ja, dann können wir jetzt auch den Nebari-Bereich besser erkennen, besser sehen in dem Sinne. Und da stellt sich jetzt noch eine Frage, wenn wir diesen Bereich, insbesondere die dicken Wurzeln hier, die nach unten gehen, kann man jetzt natürlich nicht sehr viel sehen, ja, das Ganze noch freier kriegen möchten, dicker kriegen möchten. Ob es da nicht sinnvoll ist, den Baum auch, ja, ahrkräftig wachsen zu lassen, ganz klarer Fall, das wissen wir ja alle. Aber auch den Wurzelbereich ganz anders zu handhaben. Das heißt im Klartext, Moment, ich versuche das mal eben so, dass wir ihn höher wachsen lassen. Wir haben jetzt schon einen kleinen Berg hier drauf, das heißt beim nächsten Umtopfen, dass wir das Ganze noch etwas höher setzen, dass im unteren Bereich sich wieder Wurzeln entwickeln können. Und dadurch dann der Nebari-Bereich, beziehungsweise auch Wurzelbereich, am Ansatz hier dann dementsprechend noch dicker werden kann. Denn wenn wir das Ganze so umtopfen, wie wir das kennen eigentlich, also die Wurzeln hier zurückschneiden und das Ganze ein bisschen auskämmen, wenn es denn sein muss, beim Buchsbaum ist eigentlich gar nicht möglich, das nur kurz dazu. Aber ja, so die Theorie, nicht wahr, kriegen wir die Wurzeln hier im unteren Bereich tatsächlich noch dicker, wenn wir den Topf später etwas höher einpflanzen. Dementsprechend vielleicht auch eine etwas größere Schale, vielleicht auch höhere Schale. Nun ja, das ist noch Theorie, aber diese Gedanken, die kamen mir gerade so. Das ist halt nicht wahr? Wenn dich mit Bonzer beschäftigst, bekommst du auch immer wieder mal auf neue Ideen und Ansatzweisen. Hier schauen wir jetzt mal in den Kronenbereich hinein. Hier sehen wir also sehr viele Äste, die sich aus dem Hauptstamm entwickeln. Das hat sich damals von der Gestaltung her dieses Baumes so ergeben, war irgendwie auch gar nicht anders möglich. Nun ja, wir wissen ja, es gibt viele Möglichkeiten, einen Bonsai sich schick zu machen. Das war jetzt eine Möglichkeit, mir gefällt es sehr. Und von daher lasse ich das natürlich auch so, weil das können wir jetzt auch gar nicht mehr ändern in dem Sinne. Von daher, ja, ich denke mal, sieht das so ganz okay aus. Ich kriege ihn ja etwas höher, ne, wahrscheinlich nicht. Da können wir wahrscheinlich dann besser reingucken, wenn wir gleich komplett den Baum geschnitten haben. Ach doch, geht doch. Ja, das sieht doch cool aus. Also man sieht eine reichhaltige Verzweigung im oberen Kronenbereich. Das ist also ganz gut gelungen. Und ja, jetzt haben wir hier halt viele gerade Äste, die nach außen gehen. Aber wie gesagt, das hat der Baum damals so hergegeben. Das war irgendwie nicht anders möglich. Aber nun ja, sieht doch schick aus. Hier sehen wir jetzt den gesamten Kronenbereich. Also man sieht, er ist mächtig gewachsen in diesem Jahr. Vom Schnitt her wird er wahrscheinlich so bleiben, wie er jetzt ist. Also leicht kugelig bleibt, wie die Form das halt hergegeben hat damals. Und von daher, ja, werde ich ihn jetzt schneiden. Allerdings werde ich jetzt nicht so viel zeigen hier beim Schneiden. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Etagen so nach und nach, beziehungsweise die Äste freilegen wieder. Und dann so einen kleinen Einblick in den ganzen Baum bekommen. Das wird nicht ganz so einfach werden, ehrlich gesagt. Weil das ist natürlich stark bewachsen. Und das jetzt im Einzeldetail zu zeigen, würde viel zu lange dauern, denke ich mal. Ich werde es hier und da mal zeigen, wie ich da vorgehe. Aber insgesamt schneide ich den Baum dann jetzt in Ruhe. Alleine, damit ich mir auch Zeit dabei lassen kann. Von daher, ja, er ist, wie gesagt, mächtig gewachsen. Und wir sehen ihn gleich, wenn er dann komplett wieder gestutzt ist, zurechtgeschnitten. Ich schneide so vor mich hin hier. Und da dachte ich mir, zeige ich euch doch mal jetzt, wie ich eine Etage bearbeite. Jetzt habe ich allerdings wieder sitzig neben der Pflanze. Ist nicht so optimal zum Schneiden. Am besten ist, wenn man den Baum direkt vor sich hat. Na, ganz klarer Fall. Dann ist das wesentlich einfacher. So, wir schneiden alles raus, was, ja, nachgewachsen ist erstmal. Und natürlich auch zur Formgebung, dass zwischen den Etagen hier also auch Luft bleibt. Man sieht, es haben sich eine Menge gelbe Blätter entwickelt. Ist aber nicht ganz so tragisch. Das ist ganz normal. Wenn dort kein Licht hineinkommt, dann entwickeln sich gelbe Blätter. Die gelben Blätter, die zupfen wir einfach alle ab. Die Arbeit machen wir uns jetzt dann dementsprechend auch. Natürlich müsst ihr jetzt nicht da so lange bei sein, ganz klarer Fall. Aber nur, um das mal zu demonstrieren, nicht wahr? Die gelben Blätter, die zupfen wir hier so nach und nach einfach heraus. Zum einen kommt dann auch Luft hier in das Geäst hinein. Dann kann sich ja auch kein Pilz entwickeln. Und zum anderen sieht der Baum natürlich auch wieder schicker aus. Denn die gelben Blätter, die werden also nicht mehr grün. Da braucht man keine Hoffnung haben. Das ist nun mal so gegeben von der Natur. Ja, das, denke ich mal, sollte ausreichend sein. Wie gesagt, dann achten wir so ein bisschen drauf, wie die Etagen nach außen gehen. Aber das Bild insgesamt, das werde ich dann zum Schluss nochmal korrigieren. Ich mache jetzt erstmal den groben Schnitt. Ganz kurz zu den Etagen erwähnt. Die Äste sollen sich also, ja, nach oben leicht entwickeln, nicht nach unten. Von daher nehmen wir also alles, was hier nach unten wächst am Hauptstamm, natürlich weg. Auch von der Sichtachse, dass man auch hier keine Triebe oder Blätter dementsprechend sieht. Dass es hier unten also frei bleibt und sich nicht nach unten entwickelt und dann wieder nach oben. Von daher halten wir den unteren Bereich auf jeden Fall hier schön frei. Okay, so langsam wird es hier. In Ruhe zu Ende geschnitten. So schaut er jetzt aus. Also wieder einigermaßen kahl, schön frisch. Ja, vom Friseur wieder hier im Garten. So, jetzt hat sich gezeigt im Laufe der Jahre, dass auch die Aststruktur sich langsam entwickelt. Sehr langsam. Jedes Jahr Stück für Stück, weil er ja nicht stark herausgewächst. Er wird immer komprimiert, wieder zurückgeschnitten, komplett fast so wie er vorher war. Und so nach und nach entwickeln sich Aststrukturen jetzt hier, die wir dann dementsprechend auch berücksichtigen müssen. Und auch dort hier dann dementsprechend eingreifen. Hier oben haben wir noch sehr dicke Knubbel, die herausgewachsen sind. Sehr dicht. Und hier werden wir jetzt auch gucken, dass wir im inneren Bereich die dünneren Triebe herausnehmen. So, dass nach und nach dann die Hauptäste in dem Sinne dann, wenn man das so sehen möchte, sichtbar werden. Aber wie gesagt, das dauert viele Jahre. So nach und nach wird das Ganze dann dementsprechend von Aststruktur her auch interessanter werden, wenn das Ganze etwas weiter herauswächst. Aber wie gesagt, jedes Jahr ist es vielleicht zwei Millimeter. Mehr wird das gar nicht sein. Von daher, jedes Jahr Stück für Stück die Aststruktur der einzelnen Äste langsam aufbauen. Nicht zu viel auf einmal wegschneiden, denn ansonsten hat man ganz kahles Gerüst. Und das sieht natürlich auch nicht mehr so schön aus. Und von daher würde ich sagen, ist das so jetzt ganz schön okay, denke ich mal, wie er jetzt ausschaut. Jetzt sitzt sie schon einige Zeit vor dem Baum hier und bin am Überlegen. Wir haben hier einen Ast im unteren Bereich. Ja, der sieht soweit ganz gut aus. Wo ist er denn hier? Und zwar hat sich etwas gezeigt, das ist der eigentliche dicke Stamm hier, Ast. Und hier hat sich im unteren Bereich ein Ast entwickelt damals. Und der eigentliche Hauptast gar nicht mehr. Der steckt auch viel zu weit zurück hier im Baum. Ja, hier bin ich am Überlegen, ob ich den komplett wegnehme, ob das da noch aussieht. Aber ich denke mal, von der Optik her wird das jetzt nicht so viel ausmachen, wenn der hier komplett weg ist. Ich zeige das mal kurz rundherum, damit man das sehen kann. Und ich denke mal, das wäre jetzt nicht so tragisch, wenn dieser Ast hier verschwindet. Ja, ich warte natürlich noch damit, nicht wahr? Muss ja nicht mal sofort machen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Aber ich denke mal, der Ast müsste hier tatsächlich weg, denn der wird nicht wirklich schick werden in dem Sinne. Nicht zum Baum passen irgendwie. Und von daher würde ich sagen, sollten wir diesen Ast hier wegschneiden. So zumindest jetzt die Ansichtsweise von mir. Von daher frage ich euch jetzt mal, wie seht ihr das? Würdet ihr das genauso machen? Würdet ihr den kompletten Ast hier tatsächlich entfernen? Ja, oder einfach neu aufbauen ein bisschen, dass man einfach weiter herauswachsen lässt. Und dann dementsprechend das Ganze irgendwann nach vorne in die richtige Richtung bringen. Auf jeden Fall der hier, der muss auf jeden Fall weg hier, weil das passt überhaupt nicht hier. Also das ist Banane. Ich würde sagen, dann schneide ich den auch mal eben weg. Jetzt habe ich die andere Schere noch dazu. Ich schneide den mal weg, damit man das besser sehen kann auch. Na ja, oder man lässt ihn halt weiter rauswachsen wieder. Aber ich wäre fast dafür, ihn wegzuschneiden. Aber nun ja, nicht wahr? Nicht alles auf einmal. Warten wir mal ab, was ihr so dazu sagt. Das war übrigens heute der erste Tag, wo wir morgens schon 10 Grad draußen hatten. Also nicht mehr ganz so kalt. Und ich hoffe, meine Erkältung ist jetzt bald ganz weg. Körperlich geht es mir schon wieder besser. Deswegen konnte ich heute auch hier in diesem Film hier machen. So, kurz zum Abschluss nochmal gezeigt hier unseren Feldahorn, den wir hier in diese Schale gepflanzt haben. Er ist am Wachsen, wie wir sehen. Macht auch wunderschön Triebwachstum. Allerdings zeigt sich ein Trieb, und zwar dieser hier. Ich zeige es erstmal jetzt nicht in der Aufnahme. Der wächst dominant. Soll er aber nicht. Und von daher werde ich den zurückschneiden, damit sich hier oben ein anderer Trieb entwickelt, der als Opferast wächst. Denn dieser würde jetzt deplatziert sein. Von der Ding hat es kurz zurückgeschnitten. Warum ich das euch aber zeige, ist ein Grund. Und wir haben hier unten Wasser drin stehen. Hier sind oberhalb kleine Löcher drin. So etwa auf zwei Zentimeter. Damit zu viel Wasser auch wieder abfließen kann aus dieser Schale. Und hier oben haben wir natürlich auch Löcher drin in der Schale. Allerdings sehr kleine. Und das Ganze steht hier auf dieser Wasserschale im Prinzip auch. Diese ist mit Fibotherm gefüllt. Und ihr habt mir davon erhofft, dass das Wasser aufsteigt nach oben in diese Schale hinein. Und dementsprechend den Baum auch für längere Zeit versorgt. Gerade im Anzug natürlich, wenn man so einen Baum geschnitten hat, mit Wurzelschnitten hast. Nicht gesehen, muss er regelmäßig versorgt werden. Gerade in dieser Jahreszeit ist es manchmal ein bisschen schwierig. Hat bis jetzt gut funktioniert. Stand absonnig, also nicht in der Sonne. Ich werde ihn jetzt mal in die Sonne stellen, weil er ist angewachsen. Er hat Wurzeln gebildet, habe ich schon gesehen, habe ich reingeguckt. Hatte ich, glaube ich, auch vor kurzem mal gezeigt. Und von daher lassen wir ihn jetzt mal in der Sonne stehen. Und ich beobachte jetzt das Substrat, wie sich das hier oben entwickelt. Ob das feucht bleibt oder tatsächlich auch trocken wird. Das müssen wir natürlich weiter beobachten, wenn wir ein Experiment machen. Ganz klarer Fall. So, bei dieser Potentilla ist es jetzt so, sie hat eine sehr kleine Schale. Hat viel Grün und auch natürlich jede Menge Blüten, was sehr hübsch ist. Allerdings hat sich jetzt auch hier gezeigt, wenn es tagsüber 20, 25 Grad sind oder noch wärmer, dass man tatsächlich dreimal am Tag gießen muss. Mir ist jetzt einmal passiert, dass der ganze Baum traurig war. Alle Blätter und Triebe hingen herunter. Und dann habe ich ihn wieder gegossen. Er hat sich wieder aufgerichtet. Also soweit nichts passiert. Aber wenn er zu lange trocken steht, kann natürlich der Baum dann auch sterben. Und da möchte ich jetzt ausprobieren, dass ich im Prinzip das gleiche mache wie hier. Und dieses Bäumchen dann auf solch eine Schale, diese hier unten, drauf stelle. Und mal gucken, ob auch das ausreichend ist, um die Feuchtigkeit nach oben zu saugen. Beziehungsweise, dass der Baum, beziehungsweise das Substrat, was hier drin ist, mit dem Topf die Feuchtigkeit ins Substrat hineinsaugen kann. Ob die Kapillarität dafür ausreicht. Ich weiß Bescheid, Versuch, mach klug. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Das zeige ich jetzt allerdings nicht mehr. Das wird das zu viel hier. Und von daher nur mal kurz gezeigt, als Anregung, dass man mal ausprobieren sollte, inwieweit man seine Bäumchen auch bewässern kann, wenn man jetzt längere Zeit mal nicht da ist. Das ist natürlich mal so eine Sache. Weiß Bescheid. So, okay. Ich würde sagen, reicht dann für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder in dem Sinne. Euer Dele. Ich freue mich schon. Viel Spaß mit einer Pflanzen. Bonsai und Tralala. Weiß Bescheid, was wir alles so machen. Oder ihr auch macht in dem Sinne. Ja, Bonsai ist eine wirklich schöne Sache, wenn man ja auch meditieren kann dabei. Und nicht mit Stress ausartet das Ganze, sondern sich auch die Ruhe tut. Auch gerade bei diesen Bäumchen schneiden ist jedes Jahr eine Herausforderung, ganz ehrlich gesagt. Wenn man dieses Gestrüpp sieht und sich dann denkt, um Gottes, wenn man jetzt anfängt zu schneiden, hoffentlich machst du nichts verkehrt. Hoffentlich kriegst du es richtig hin. Und ach, naja. Ein, zwei Stunden und dann ist er wieder schick. Und war dann doch gar nicht so schwer. Muss sich einfach nur rantrauen. Ist das gar nicht so schwierig. Ja, das Projekt hier, Feldahorn, finde ich richtig cool, dass das so genial funktioniert. Wie gesagt, wir müssen gucken, wie sich das Ganze weiterentwickeln. Also Wurzeln kann man hier unten nicht erkennen. Aber das Substrat ist pitschenass hier drunter. Also von daher gehe ich davon aus, dass es also tatsächlich funktioniert, dass es eine Kapillarität gegeben ist. Aber ich lasse jetzt mal hier in der Sonne stehen und beobachte das Ganze weiter. Und ich werde dann dementsprechend euch berichten, ob und wie das Ganze funktioniert oder vielleicht auch gar nicht. Nicht mal, weiß Bescheid. Wie es denen uns gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. So, dann lassen wir den Tag mal heute etwas in Ruhe, beziehungsweise wir gehen den Tag in Ruhe an. Denn es ist so wunderwunderschön heute draußen. Von daher, ja, nutzen wir das schöne Wetter, um auch mal uns ein paar Sachen in Ruhe zu betrachten. Mal ganz kurz am Rande hier gezeigt, dieser Sämling hier. Ich habe vor etwa, ich weiß nicht genau, vier Wochen oder so hier Mammutbaumseemlinge reingesetzt. Sequoia dendron giganteum. Es scheint so zu sein, als wenn einer der Samen hier gekeimt ist. Nun gut, wir hatten jetzt nachts auch sehr kalt gehabt teilweise. Also scheinbar ist er hier stratifiziert worden, selbstständig dann halt jetzt von der Witterung. Und ist jetzt tatsächlich am Wachsen. Zumindest einer schon mal. Das waren, glaube ich, fünf oder sechs, die ich hier ausgesät habe. Nun ja, also kann man dementsprechend auch draußen die Aussaat der Mammutbäume machen. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank.